Extraction Loot Shooter sind meine große Leidenschaft und obwohl dieses Spiel jetzt nicht allen Kriterien eines Extraction Loot Shooters entsprechen, ist es dennoch ein Extraction Shooter und zwar ein ziemlich gutes, dafür dass es wirklich von so einem extrem kleinen Studio entwickelt wurde, wenn man überhaupt Studios sagen kann an dieser Stelle und es ist kostenlos spielbar, ihr könnt es auf Steam kostenlos runterladen momentan in der Alpha, das heißt es ist sehr transparent, ihr könnt euch einen eigenen Eindruck verschaffen und sie haben wirklich was Großartiges auf die Beine gestellt, dafür dass es wirklich um so ein Mikro-Team handelt, deswegen unterstütze ich das gerne und erzähle heute von dem Spiel Exfil. Exfil ist ein Projekt, welches von einer Person entwickelt wurde, jawohl eine Person, diese Person entwickelt es jetzt seit über drei Jahren und sitzt ganz alleine an diesem Spiel. Mittlerweile sind es nach über drei Jahren wohl gemerkt, ich weiß nicht genau wann es losging, aber es sind mittlerweile nur mal zwei Personen und diese zwei Personen bringen halt jetzt über drei Jahre Entwicklung mit für Exfil und das Studio, was sie jetzt aufgebaut haben, nennt sich Misultin Studios. Das Spiel ist ein Extraction MilSim, also Militär-Simulation, das heißt wir reden hier von Hardcore, beziehungsweise von einem sehr realistischen Spiel, also der Anspruch ist Realismus und das geben sie uns auch zu spüren, was das Hard-System angeht, wir haben sehr wenig Hard-Informationen, keine Namen über den Spielern, keine Freund-Feind-Erkennung, also man muss sich wirklich alles wie im richtigen Leben sozusagen selbst anschauen und erarbeiten und geht entsprechend eine Welt rein, wo Immersion ein großer Punkt ist, also dass man in diese Welt hineinversetzt wird und sozusagen spürt, wie gefährlich es ist, dort rumzulaufen und zu exfiltrieren. Fangen wir mit den Karten und zwar gibt es hier erstmal drei Karten, auf denen man spielen kann, die haben ungefähr so eine Größe von zweimal zwei Kilometern und das Coole ist, dass wir hier ganz verschiedene Wettersituationen haben, es ist ein dynamisches Wetter, das heißt es kann sein, dass es mitten in der Runde plötzlich anfängt zu regnen, dass es sogar einen Sturm geben kann, ziemlich heftige Windböen, was auch ziemlich geil aussieht, muss ich sagen, der Regen, wenn er auf den Wald ein, auf die Bäume einprasselt, bildet auch so eine Art Gischt, also so eine Art Nebel-Gischt-Wand, wo du einfach spürst, da ist wirklich Wasser vor dir, auch wie das Ganze an den Bäumen reflektiert, sieht großartig aus, es kann schneien, es kann während einer Runde anfangen zu schneien, der Schnee legt sich dann irgendwann, sodass ihr plötzlich mit einer Runde eine schneebedeckte Landschaft habt, was absolut krass ist, entsprechend ändert sich auch der Ton, also wenn man dann über den Schnee läuft, gibt es eben andere Fußstapfen, Gegner können eure Fußspuren nicht lesen oder nicht verfolgen, total abgefahren, also da haben sie sich einiges eingeflossen und dann gibt es on top noch einen Tag-und-Nacht-Wechsel, zusätzlich zu dieser Wettersituation, wo man dann mit Nachtsichtgerät rumlaufen kann, was das Ganze nochmal mehr erschwert und ihr merkt schon, dieses ganze Ding, dadurch, dass wir hier ein Relismus-basiertes Spiel haben, führt es sich zu noch mehr Immersion, also mit einem Nachtsichtgerät rumzulaufen, gibt einem noch mehr so dieses klaustrophobische, kann man das vielleicht sagen, Gefühl, also so ein beklemmendes Gefühl auf jeden Fall, wo man denkt, holy shit, um jede Ecke könnte ein Gegner sein. Kommen wir damit direkt zu den Gegnern und zwar haben hier vier Teams, die auf einer Map rumlaufen können, das ist also ein PvE-orientiertes Spiel und die Teams können hierbei ganz unterschiedliche Größen haben, es kann sein, dass ein Team nur aus einer Person besteht, während das nächste Team aus über sechs Personen besteht, also total abgefahren auch hier, in der Regel ist es natürlich so, dass die Teams ein bisschen ausgleichen, sodass man gleiche Größen hat, aber es ist prinzipiell alles möglich und wie gesagt, dadurch, dass es keine Freund-Feind-Erkennung gibt, erkennt man den Gegner eigentlich nur an den Farben, also sie haben so Farbmarkierungen am Helm, an dem Rucksack, an den Seitentaschen und so weiter und so fort, also wirklich kleine Markierungen, die einem helfen, dann die Teammitglieder zu erkennen. Das heißt, hier ist es besonders wichtig, im Team zu bleiben, zu wissen, wo ist der Kollege und so weiter und so fort, denn man hat als Hilfe zusätzlich sozusagen nur noch ein GPS-System. Das Coole hier ist aber, dass wir auf diesem GPS-System unsere Kollegen sehen können, also ähnlich wie bei Call of Duty sehen wir auf der Karte dann kleine Punkte, die dann unsere Teamkameraden repräsentieren, einen Gegner sehen wir nicht, also das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Hilfe und erleichtert das ganze Gameplay doch ungemein. Worum geht es jetzt in dem Spiel? Also wir kommen in die Map rein und müssen dann auf dieser Map, es sind übrigens Spawnpunkte, die jetzt auf der Map verteilt sind, vier Spawnpunkte, müssen einen bestimmten Bereich finden auf der Map, dieser ist erstmal rot markiert und jetzt ist es so, dass die Teams halt unterschiedlich weit von diesem roten Punkt spawnen können. Kommen wir gleich dazu, jedenfalls ist dieser Bereich rot markiert und in diesem roten Bereich befindet sich ein abgeschützter Hubschrauber. Da müssen die Teams hin, das ist die primäre Aufgabe, diesen Hubschrauber zu erreichen, den Hubschrauber zu öffnen und einen Koffer zu entnehmen. In diesem Koffer sind wichtige Daten. Mit diesem Koffer müssen wir sozusagen dann wieder auf eine markierte Landezone gehen. Wir haben mehrere Landezonen zur Option, wo wir dann hingehen können mit diesem Koffer. An dieser Landezone angekommen können wir Exfiltrationshubschrauber rufen und von der Map exfiltrieren. Klingt ganz einfach, aber die anderen Team wollen das natürlich auch. Entsprechend gibt es natürlich Kämpfe, sowohl am Hubschrauber als auch in der Landezone. Teams können sozusagen auch sich an Ladezonen bereits preparieren und vorbereiten und so weiter. Sehr, sehr viele strategische Möglichkeiten hier an die Sache ranzugehen. Dadurch, dass die Teams jetzt unterschiedlich weit von diesem Hubschrauber infiltrieren, ist es natürlich so, dass es unfair wäre, wenn ein Team direkt zum Hubschrauber rushen könnte und sich den Koffer schnappen könnte. Deswegen haben die Entwickler einen coolen Trick. Und zwar ist es so, dass der Hubschrauber brennt. Also der steht erstmal in Flammen. Das heißt, wenn man diesen Hubschrauber schnell erreicht, kann man nicht rangehen und die Tür öffnen. Das ist einfach nicht möglich. Man muss eine gewisse Zeit abwarten, bis das Feuer erlischt. Man kann anschließend erst den Koffer rausnehmen. Das heißt, alle Teams haben die Chance, sich zu positionieren, sich für den Hubschrauber vorzubereiten, die Regen zu clearen oder, oder. Also wir sehen schon hier, das ist wirklich ein cooler Kniff an der Stelle. Und damit die Teams nicht komplett verloren sind unter sich, können sie natürlich auch kommunizieren. Also man muss nicht im Discord jetzt extra in eine Gruppe reingehen. Und das wird auch wärmstens empfohlen, die Ingame-Kommunikation zu benutzen. Also das Voice-Over-IP-System. Denn hier haben die Entwickler auch was Geiles gemacht. Also wirklich Hut ab auch an dieser Stelle. Und zwar landen hier auch Umgebungsgeräusche mit im VoIP. Das bedeutet, wenn zum Beispiel der Teamkamerade, der Teamkollege, der gerade redet, rennt, dann hört man eben, wie er durch das Gebüsch und das Dickicht läuft. Und diese Geräusche kommen durch das Mikrofon eben an eure Ohren, sodass ihr noch mehr ein Gefühl habt, in dieser Welt drin zu sein. Es trifft für alle Dinge zu. Also wenn der Gegner jetzt über, oder wenn der Kollege mal nicht über Schnee läuft, durch Büsche rennt, und, und, und. Alles das kommt sozusagen mit in das VoIP. Und damit kriegt er noch mal mehr ein Gefühl, dass er wirklich mit einer Person redet, die gerade in dieser Welt rumläuft. Hat es jetzt ein Team geschafft, diesen Hubschrauber zu erreichen, zu öffnen und den Koffer rauszunehmen, bekommt das Team mehrere Landezonen zur Auswahl. Also diese Landezonen werden dann mit Alpha, Beta, Gamma und so weiter bezeichnet. Und das Team kann sich jetzt aussuchen, zu welcher Landezone es möchte. Das verhindert sozusagen ein Exfil-Campen. Also ein Team kann sich nicht an Position Alpha begeben und einfach hoffen, dass das Team mit dem Koffer an diese Stelle kommt und dann dort abgefangen wird. Das ist eine coole Sache. Also wir entscheiden uns zum Beispiel für Landezone Beta und bewegen uns dann zu Beta. Und sobald an Position Beta der Hubschrauber gerufen wird, erscheint eine Markierung auf dem GPS-System aller Spieler. Und alle Spieler sehen, oha, da ist eine Landezone aktiv. Die wurde aktiviert, der Hubschrauber kommt, wir begeben uns jetzt alle zu dieser Landezone. Das heißt, Exfil-Traps sind nicht so sehr möglich. Hingegen kann das Team, was exfiltrieren will, sich vorbereiten, eine defensive Stellung aufbauen und gegnerische Teams bereits erwarten. Das Ziel des Spiels ist jetzt zu exfiltrieren. Das heißt, das Ziel aller Spieler ist jetzt zu diesem Zeitpunkt, das exfiltrieren-Team aufzuhalten. Also, der Spieler mit dem Koffer muss erledigt werden und der Koffer muss in den Besitz des eigenen Teams gelangen. Und dann gibt es die Option, alle weiteren Teammitglieder ebenfalls zu eliminieren und damit die Runde zu beenden. Also wenn alle Teams ausgeschaltet sind, hat man die Runde gewonnen. Oder man versucht eben mit dem erbeuteten Koffer den eigenen Hubschrauber zu rufen und zu exfiltrieren. Auch hier könnte sich jetzt das Team, welches den neuen Koffer bekommt, eine neue Landezone aussuchen. Sie könnten jetzt zum Beispiel zur Landezone Alpha gehen, dort den eigenen Hubschrauber rufen und, und, und. Also strategisch sehr ausgefeilt. Man sieht, das Prinzip ist im Grunde genommen sehr, sehr einfach. Aber es ist sehr, sehr, auch schnell zu erlernen. Aber es gibt halt sehr viel Raum für Strategien und für komplexe Spielzüge. Das ist, glaube ich, der eigentliche Reiz des Spiels. Die Immersion und das, was man daraus machen kann. Ich persönlich muss sagen, während ich das Spiel gespielt habe, mein persönlicher Eindruck war erstmal, Grafik wunderschön, Animation auch sehr schön. Einige Sachen waren noch ein bisschen hackelig. Wir dürfen nicht vergessen, es ist eine frühe Alpha. Also zum Beispiel Bäume und Büsche, die nicht ganz flüssig mit dem Wind geweht haben, so ein bisschen gezuckelt haben. Ja, auch einige Bewegungssysteme kamen vielleicht noch so ein bisschen klankig vor, wobei ich das Gefühl hatte, dass er schon auf einem wirklich sehr, sehr guten Weg ist. Aber abgesehen davon hatte ich persönlich das größte Problem mit der Freund-Feind-Erkennung. Bei Tarkhofer ist es natürlich auch so, dass man seine Kollegen nicht erkennt und nicht vom Feind unterscheiden kann. Aber hier ist es so, dadurch, dass es so ein bisschen mehr PvE getrieben ist und große Teams aufeinandertreffen, entsteht doch eher mal das Chaos der fehlerhaften Freund-Feind-Erkennung. Und da muss man wirklich lernen, zu verstehen, wo sind gerade die Kollegen, wie laufen sie, wie kann ich die Web gut interpretieren und 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 und. Das kann man lernen. Mir ist es im Laufe des Playtests immer besser gelungen, zum Ende des Playtests hin. Aber am Anfang hatte ich große Probleme, wurde selber auch von Teamkameraden abgeschossen und habe auch den einen oder anderen Kollegen vielleicht erwischt, Gerüchte sagen, dass das eine oder andere Friendly Fire möglicherweise gefallen ist. Aber was ich auch sehr interessant fand, ist die Dynamik, die entstanden ist, also durch die interne Kommunikation und durch diesen Progress immer wieder zu diesem Hubschrauber gehen zu müssen. Es ist so, dass man ständig so ein Gefühl hat, man ist durch diese relativ kleinen Maps immer so in Gefahr, von einem gegnerischen Team erwischt zu werden. Der Sound war sehr, sehr gut, also man konnte Gegner auch gut orten. Und ich hatte das Gefühl, gerade wenn es zum Ende hinging, ich hatte eine Situation, da war ich der letzte Überlebende meines Teams, hatte den Koffer in der Hand und habe alleine halt den Hubschrauber gerufen. Das war schon ein sehr, sehr krasses Gefühl. Es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit einem Battle Royale, wenn man im Top 3 ist, kurz vor dem Sieg steht, kann man absolut damit vergleichen. Ich hatte auch die Situation, dass ich einmal mit meinem Team am Exfil war, wir haben den Hubschrauber erfolgreich gerufen, konnten die Stellung wirklich gut halten, Hubschrauber ist gelandet, die Kollegen sind im Hubschrauber drin, ich renne als Letzter aus dem Gebäude raus, gehe zum Hubschrauber und auf dem Weg hin, eröffnen die Gegner das Feuer und ich als Letzter Mann gehe down und kann den Hubschrauber nicht einmal reichen, winke noch meinen Kollegen zum Abstieg, die dann mit dem Hubschrauber abheben und die Exfiltration schaffen. An dieser Stelle muss gesagt sein, dass es reicht, das Item, also den Koffer zu exfiltrieren, das ist das Ziel des Spiels. Das heißt, wenn das ganze Team exfiltriert und du selber noch auf der Karte bist, aber ohne den Koffer, hast du trotzdem mitgewonnen. Also das Ziel ist wirklich ein Teamplay mit dem Koffer zu exfiltrieren, das heißt, da kann man auch Strategien machen, dass man eben den Kofferträger nochmal beschützt, vielleicht nochmal ins gegnerische Feuer reinrennt oder was auch immer, auch da gibt es sicher viele Möglichkeiten. Jetzt ist das Ganze ja noch sehr stark in den Anfängen, also die Frage ist, was kommt in Zukunft noch auf uns zu? Erste Frage ist natürlich mit PvE und zwar ist es so, dass NPCs geplant sind. Also wir haben vier PMC-Trupps momentan als Spielertrupps und geplant ist eine fünfte Fraktion, die als neutrale Fraktion auf der Karte sein wird und jedes Team angreifen wird. Also sozusagen dieses PvP-Element so ein bisschen als weitere Dynamik mit einzubringen, coole Sache. Das nächste ist das Looten, Inventory-System sozusagen. Momentan ist es so, wenn ein Gegner stirbt, dann kann er Dinge fallen lassen, zum Beispiel ein Healpack, also ein Midkill oder ein Magazin, so dass ihr eure Magazine oder eure Heilung wieder auffüllen könnt. Ihr habt aber kein Inventory-System, wo ihr dann Sachen managen könnt. In Zukunft soll es so eine Art Loader-System geben mit Inventory-System. Das heißt, ihr könnt sozusagen euren Charakter personalisieren, eure Ausrüstung selber aussuchen und euch so ausstatten, wie ihr es gerne habt. Was auch sehr, sehr wichtig ist, sind Statistiken. Also es sollen Statistiken kommen für eure Performance am Ende jeder Runde, damit ihr seht, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo gab es Friendly Fire, wer hat wie viel Schaden gemacht und so weiter. Das ist momentan auch noch nicht implementiert. Und die Tatsache, dass Bots dazukommen, also NPC-Charaktere, gibt natürlich auch die Möglichkeit, neue Spielmodi hinzuzufügen. Momentan haben wir nur diesen einen Spielmodus. Es sollen weitere folgen, also es sollen weitere PvP-Modi, aber auch PvE-Modi folgen, sodass man sozusagen im Koop-System gegen NPCs beispielsweise vorgehen kann. Das soll kommen, ist geplant von den Entwicklern. Also wir merken schon, dadurch, dass ein komplexes oder generell ein Loot-System fehlt, handelt es sich ja also um einen reinen Exception-Shooter. Aber dadurch, dass es halt wirklich von so einem kleinen Team, also von einer Person mittlerweile, von zwei Personen entwickelt wird, ist es ein großartiges Spiel, wo man nichts falsch machen kann, mal reinzuschauen. Ihr könnt einfach auf Steam gehen, dort Exfil eingeben und dann Zugriff antworten auf die kostenlose Alpha. Ihr kriegt das kostenlos zugeschickt. Bei mir hat es ungefähr vier Stunden gedauert. Da hatte ich meinen Key und konnte direkt loslegen. Man kann eigene Server starten mit seinen Freunden und spielen oder man geht in bestehende Server, die bereits offen sind und schließt sich da Teams an oder macht sein eigenes Team auf. Also da sind momentan alle Möglichkeiten vorhanden. Dadurch, dass das Team so extrem klein ist und so viele Jahre daran arbeitet, macht man, denke ich, auch nichts falsch, Feedback zu geben, das Ganze zu unterstützen. Ich finde, das ist ein großartiges Projekt und bin gespannt, was dieses Mikro-Team in Zukunft noch mal auf die Beine stellt. Vor allem, wenn man bedenkt, in der jetzigen Zeit, wo unsere X-Faction-Loot-Schütter so rar gesetzt sind, wir haben so wenige momentan und die paar, die jetzt kommen, kloppen sich auch noch gefühlt wegen irgendwelchen Nichtigkeiten. Deswegen umso schöner mal so ein Projekt zu sehen. Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit X-Fail, wer reinschaut. Ansonsten verabschieden mich an dieser Stelle. Sage hasta luego und hasta la vista. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. .